Vor 20 Jahren entwickelte ich einen Anzug, aber er war gefährlich. Daher hielt ich ihn unter Verschluss. Mein Assistent, Darren Croft, war besessen davon, meine Formel zu reproduzieren. Wenn sie in die falschen Hände gerät, gibt es Chaos. Scott, das ist deine Chance, ein Held zu werden. Ich brauche dich als Ant-Man. Ich denke, als erstes sollten wir die Avengers anrufen. Der Anzug hat Macht. Das ist kein albernes Spielzeug wie der Iron-Man-Anzug. Wir sind erledigt. Wenn du klein bist, hast du übermenschliche Kräfte. Du bist wie ein Geschoss. Also musst du wissen, wie man richtig zuschlägt. Und du willst mir das zeigen? Zeig mir, wie man zuschlägt. So schlägt man zu. Ich bin unterwegs. Denkst du, du könntest die Zukunft aufhalten? Du bist nur schalt die. Nein. Ich bin Ant-Man. Ich weiß, war nicht meine Idee. Du musst keine Angst haben. Oh nein, nein. Daddy kriegt nie Angst. Gut. Wie geht das, Bro? Ganz ruhig. Schau auf deine Schulter. Ah! 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 Vielen Dank.